Die Zang-Christobal-Krankenstation wurde bis auf weiteres von der Kolonialmarschall abgeriegelt. Silvastropols Pflegerteam hat auf der Station verteilte Feldzahl... Was? Alter, was sind das für Zahlen? Feldlazarrette. Nein, Feld... Feldlazarrette. Feldlazarrette, was auch immer das denn? Aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Marschall Waits. Ungültiger Pfad. Audio. Alte Freunde, Doktor... Kann ich so ein Appel... Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seaxon? Sie besuchen mich nicht, sie rufen die an. Sind Sie einfach keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von ihnen hat mir mitgeteilt, dass sie Marschall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarktsanitätsartikel hat. Bis bald an, Doc. Oh, oh. Zuber. Gasnetzwerkverteiler. Primärs Gasnetzwerk. Funktion normal. Sekundäres Gasnetzwerk. Funktion normal. Routineinspektion fällig. Ich bin tot. Nochmal speichern. Weil wir haben jetzt Informationen bekommen. Und Informationen sind gut, weil sie wichtig sind. Ja. Okay. Dann wollen wir mal hier kurz gucken. Hier haben wir die Schlüsselkarte. Und dann. Samuels, bin schon unterwegs. Schnauze. Schlampe. Ich kann nicht speichern. Fuck. Okay, pass auf. Schrank. Ja, was denn? Öffnet nicht für mich. Mach schön die Beine breit. Ähm. Ich muss ja wieder diese eine Tür finden, zu der ich nicht kam. Personalkombie. Schön der Name. Ähm. Das X ist versperrt. Da komme ich nicht rein. Aber ich muss da hinten dahin. Das ist das Merkwürdige. Okay. Auf. So. So. Und da hinten. Scheiße. Oh mein Gott. Ach klar, das ist das Alien-Anjagd, ey. Alter, hab ich mich jetzt aber verjagt, Alter. Warte mal, kann das Alien... Es ist jetzt doof, ich weiß, aber... Alien? Scheiße, ich wollte eigentlich gucken, ob ich das Alien da durchgejagt bekomme. Dass es durch Feuer rennt oder sowas. Das ist ja mega cool gewesen. Ja, Freunde, das war schön, euch gekannt zu haben. Fuck. Oh, haut wieder ab. Das ist doch ein Scheiß-Gerb. Das ist doch ein Scheiß-Gerb. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Totenspiegel, das ist ja alles. Obwohl die Mauer vollkommen im Weg ist. Oder ist er da hinten? Nee, da hinten kann er ja nicht sein. Das ist ja Feuer. Ist er gerade am Ende gegangen. Ist es jetzt gerade hinterm Feuer oder vorm Feuer? Hübscher Hintern. Look at that butt, asshole. Das ist ein durchtrainierter Arsch. Alter. Nee, jetzt haben wir den Beweis. Ja, einen dicken Fehler. Alter, wie... Mann. Okay. Ein paar überraschendes Effekte hat das Spiel doch noch auf Lager. Boah, leck mich am Arsch. Wo kommt der umpürzig her, dieser Lurch? Vor allem hätte ich mich jetzt da drunter gestellt. Mann, es sind so viele Sachen, die ich mich jetzt frage. Hätte ich mich jetzt da drunter gestellt. Wäre er voll auf mich gelandet, hätte mich die Entsend gekillt. Oder, 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 wenn es... Wo ist da hinten auf der anderen Seite des Feuers gekommen ist, hätte ich mich da rausgestellt. Jetzt wäre es durchs Feuer gerannt. Die sitzt ja gerade neben mir, das ist auch nett. Die hört ja gar nichts. Für sie ist das noch erschreckender, weil es umplötzlich da ist. Was ist denn da, der Teppichlampe, die du kriegst, was auch die Lampe? Ich will ausgehen, sie wird mit, was sie kriegt. Das ist ein Tritt. Ich komme, einen Schlag und besoffen. Trotzdem wird sie voll getroffen. Und so, ein Bett gibt es keinen, äh, kein Kost, sondern ein Aufdiener. Was? Äh, Freunde, eine Nacht. Wo war jetzt dieser komische Weg, wo ich vorher nicht reinkam? Hm? Ich sehe dich. Ich werde dich jagen. Und desgleichen töten. Und mich von deinem Fleisch ernähren. Das später. Erstmal gibt es Pommes. Äh. Hier gibt es keine Pommes. Ich bin voll dran vorbeigelatschen. Ich muss ja dran vorbeigelatschen, stimmt. Ich kam ja nicht mehr da durch. Durch die Scheiße. Okay. Cool, wo bin ich denn hier gelandet? Ein Sensor kann ich mir nicht helfen. So, pass mal auf, das kann ich aber holen. Sonst hört da jemand wieder rum, dass ich das nicht aktiviert habe. Ich hab nicht lieb. Er weiß, wer gemeint ist.